So, und fliegen tut man jetzt wie? Auf F. Boah, so ein Bär bringt 1440... Johnny, wir sehen uns gleich. Ich glaube, wenn wir wiederkommen, ist er weg, aber egal. Attacke, Seibachs, ich komme. Jupp. Bist du schon an der Höhle? Ich stehe falsch, markiert. Ich mache hier ein paar Fächer down. Boah, Lucas ist gleich tot. Ich sehe. So in welcher Höhle seid ihr denn? Soll er man's cave oder wo seid ihr? Ja, genau, soll er man's. Was ist das denn hier? Oh, die Schlucht. Au. Eine Elfe. Eine böse Elfe. Das wusste ich gar nicht. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Ich brauche Level 15. Man levelt noch ganz schön langsam. Wir müssen das Level noch höher stellen. Zum Austesten. Du bist jetzt Level auch 12. Es regnet schon wieder ohne Regen. Ah, da ist er da, oder? Gandalf, warte auf mich. Hellboy will mit. So ein Pferd. Was sind das für Strahlen? Ja. Ach du, da. Ja, ja, ich. Ich will mir auch gleich mal, ich muss mir gleich mal Sachen machen. Was machen Sachen? Machen Sachen. Was machen Sachen? Wer ist denn das? Warum, ich sehe deinen Namen nicht. Wer ist das? Ich bin das. Bist du das, Chris? Hier? Ericsson, hast du mich noch nicht angenommen? Doch. Warum sehe ich, Chris, ich sehe dich auch gerade. Oh, ihr seid alle hier. Oh Mann. Ich sehe deinen Namen nicht. Vergiss nicht, Early Access. Ich will gerade auch nur ein. Ich sehe im Moment auch nur Chris. Na, Skologen. Ich kick euch einfach alle und lad euch wieder ein. So können wir es doch machen. Ach nee, dann kriegen wir keine Shed XP. Ja, jetzt sehe ich nur Lux und Ericsson. Ja, du musst annehmen. Ja, aber dich sehe ich auch. Bei den Schwertern. Ich verstehe es nicht. Ja, warte mal. Accept. Und Eric? Ach nein. Entschuldigung. Du bist aber nicht grün. Du bist bei mir jetzt... Nochmal. Wie nochmal? Nochmal. Nochmal, nochmal. So, jetzt. Accept. So, jetzt seid ihr auch grün, ne? Jetzt bist du grün, ja. Naja, wo ist die Höhle? Du schießt bei mir die ganze Zeit, ne? Echt? Ja, also du machst diesen komischen Teeming-Strahl. Chris, du hast noch gar keine Ausrüstung. Nee. Nee, ich muss nicht mehr gleich machen. Das sind meine alten, abgetragenen Sachen in der Kiste. Nee, da stecken muss die Höhle. Die muss da hinten sein, oder? Ja, hier, warte. Follow me. Follow me. Wie, wie, wie? So könnt ihr so viel fliegen, ey? Ja, weil ich viel Mana habe. Guck mal. Warte, Chris, ich gebe dir was. Was denn? Wo bist du denn? Da vorne. Was, was gibst du mir denn? Jetzt komme ich nicht mit deinen alten Stiefeln oder so. Pff. Warte mal, ähm, F. Ich habe sie mal rausgelockt. Hier, die Dinge. Oh, Vorsicht, der Orx. Au. Wie fährst du davon? Na, ich habe die jetzt in meinem, ähm, ja, einer. Oh, Stupe da. Hey, wir treffen die gar nicht. Kriegen die bei euch rote Zahlen? Ich glaube, die sind gerade buggy. Der, ne, der eine kriegt, der eine kriegt Schaden. Also ich habe vorhin, also eben gerade die ganze Zeit richtig viel EP gekriegt. Hier, der eine kriegt Schaden. Ach, die, die, guck mal. Ne, ne, die resten sich immer wieder. Ja, der kriegt Schaden. Schieß mal weiter. Der Blutorg kriegt Schaden. Ja, genau, der eine ist tot. Aber der hier eine hängt. Der hier hängt, der eine. Also die beiden treffen wir nicht. Ich glaube, dann müssen wir auch mal kurz rein. Seid ihr verrückt? Oh, ich bin gleich tot. Essen, 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 essen. Kommen die nicht raus, die Säcke? Ne. Was ist denn das hier? Das macht Geräusche und leuchtet. Bei mir leuchtet es nicht mehr. Aber warum nicht? Ah, man kriegt... Crane's here, 15 Mal. Okay, der eine ist down. Okay. Und wie? Keine Ahnung. Okay, die sind alle down. Mit dem kleinen Stab könnt ihr hier reinschießen. Ja, ich hab den kleinen, aber nicht. Ich hab ihn. Seid ihr jetzt reingegangen? Ja, ja, ihr könnt jetzt reinkommen. Das ist sicher. Hat die alten Worte schon gelootet. Ey, habt ihr die noch? Habt ihr die schon gelootet? Ja, ja. Steht bei mir noch Loot, aber ich kann sie nicht looten. Ii, schwarze. Oh, ich sehe noch mehr. Die sind in Greaseborn. Die sind... Ah, hier ist noch mehr. Alter, ich hau hier ab. Ich muss direkt, das geht schief. Kann man das nicht abbauen, verdammte Kacke? Was kann man denn hier in den Scheißhöhlen abbauen? Also kriegt man da... Da ist was, was kann man... Warum? Da ist nur Stein im Gold, dass ich nichts mehr abbauen kann. Ne, warum kann ich gerade an sich nicht abbauen? Ja, ich kann auch nichts abbauen hier. Und hier waren Kisten. Habt ihr die Kisten gelootet? Die Dinger haben Leder dabei. Ich kann nichts abbauen. Ich muss das vielleicht nochmal raufziehen. Ja. Gold, Erz, Eisen, Erz. Kann ich hier abnehmen. Na, jetzt geht's. Das ist aber buggy. So kann man das ja... Bei mir ist... Bei mir ist das Wasser hier unten, oder was das sein soll, schwarz. Und wenn ich ein bisschen hochgucke, lila, blau, nee, blau nicht, rot, gelb, grün... Hier gibt's viele Kristalle auf jeden Fall. Aber habt ihr nicht gesagt, in Höhlen gibt's auch diese verbesserten? Äh, steht drin, aber... Vielleicht brauchen wir eine andere Höhle. Oh, hab's mein Loot. Vielleicht nehmen wir mal eine andere Höhle. Wie sieht's aus? Da ist noch eine. Alter, die kann man alle noch looten. Wie heißt die hier? Sag mir mal den Namen. Ähm... Marei... X... Den. Wo? Gesundheit. Wir könnten mir gerne folgen. Habt ihr die alle schon gelootet? Ach, die... Kommt mal wieder raus. Im Westen, da war ich noch nicht. Die im Süden, da war ich da. Das ist... Genau, Westen. Kommt ihr? Warte. Guck mal, Gabaxi, was ist denn das hier für eine Statue eigentlich? Guck mal, die hat da oben auch so eine Morde. Da gab's so ein... So ein Ding. Oh, hier kann man es durch Buffs zahlen. Genau. Ja, aber wie kann man das aktivieren? Ja, es muss erst wieder aufgeladen werden, glaube ich. Aha, ihr habt es benutzt. Steht da, alle 16 Minuten. Naja, aber das kann wahrscheinlich dann nur einer benutzen, oder? Kann sein, ja. Äh, wollt ihr mir von... Folgt mir mal, 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 folgt mir mal. Was, was, was? Um LL15 zu werden, braucht man 32.000 XP. Wo seid ihr hin? Bin ich gleich. Ey, ihr seid weg. Wo wolltet ihr jetzt hin? Gabaxi? 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 Ah, da oben fliegst du, okay. Genau. Alles klar. Ähm, dann nehmen wir mal noch so eine Pille hier, zack. Und dann Wingardium Leviosa! Na, ich fress die ganze Zeit mehr. Hä, hier ist ja, hier ist ja, ach so stimmt, hier ist ja... Ja, wir brauchen nur durch, nur durch den Spawnpunkt. Ja. Da kriegt man auf jeden Fall irgendwo... Wo ist denn hier die... Ah, ist hier das Wasser? Nee, ich dachte. Ah, hier ist die Pampe. Haha, schnell wieder auftanken. Ich hab jetzt nur noch vier Mana-Tränke. Ah, das Degen ganz schön schnell alle, ey. Deswegen fress ich mehr schon. Wer hast du denn davon? Hier sind... Oh, 300. Ja, da haben wir die ganze Zeit Pilze gesammelt. Oh, man kriegt die richtig wenig. Wenn du ein bisschen Damage geskillt hast, dann geht dadurch auch die... Ich mach 100 Schaden. Ja, ich auch. Was habt ihr da in der Höhle? Was habt ihr da für Gegner? Ochs. Boah, voll Synchron, ey. Oh, wo ist denn hier der Eingang? Der ist hier rechts. Schöner See, voll groß. Oh, und Tote. Und Tote? Ja. Die bringen gut XP. Au. Und Level 15. Ich nicht. Oh, da stehen auch noch welche. Alter. Dann ist der schon... Was macht der denn? Der hat 3DF hier allein gespielt. So. Muss man mal einen In-Game-Sound gleich so machen. Ich mach echt wieder Dings. Das ist, glaube ich, echt cooler. Boah, hier ist ne Kiste. Ich hab ne Kiste. Alter, endlich Sachen. Wo ist das für ne kleine Höhle hier? Was habt ihr für ein Hut? Welches Level? Welchen Level? Fünf. Alter, hier. Ich hab Level 9. Und jetzt? Mensch. Ich auch. Ne Lederkappe. Ja, aber ich kann den Hut Level 8 aufsetzen. Und ich hab ein... Alter, was das? Ab Level 15. Ich hab voll den Dings hier. Voll den Diamant. Hier ein Amulett. So heißt das Ding. Ja, die Amulett. Die nehmen den Platz von deinem Besen ein, auf den du reitest. Äh. Du kannst ja quasi nicht mehr fliegen. So, zum Coolen. Moiterei. Wo hast du denn die gefunden? Auf dem Berg. Ich bin überladen. Was ist denn das hier? Ihr seid in der Höhle gewesen. Ich hab mich auf dem Berg verbietet. Ich hab 10 Stück. Was ist denn bei der Booth da oben eigentlich? So. Ja, und nun? Ich verbleibe, nun. Gibt's hier noch was in der Nähe? Mach mal weiter. Was? Und die Türme kann man freispielen, oder was? Naja, du kannst, wenn du da einmal hingehst, kannst du diese Kugel aktivieren. Und dann kannst du zwischen den hin und her traveln. Das ist jetzt auch wieder ein Spieler pro 16 Minuten dieser Waffe. So wie der Waffe, den ihr euch geplaut habt. Ich hab keinen Waffe geholt. Wer hat den denn dann genommen? Örner muss den ja genommen haben. Achso, den. Den einen da hinten hast du genommen. Den hat er genommen, ja. Ah, den an der Höhle. Ja, ja. Ach, den meint ihr. Na, den. Vor dem war ja nicht die Rede. Genau. Fliegen wir mal einmal zum Turm, oder was? Jo, mach ich gerade, aber ich nehm unterwegs die blauen Blümchen mit. Ach, wie süß. Ja. Ich will Rapunzel, oh hier ist ein Ork. Ich will Rapunzel Blumen mitbringen. Raplumzel. Raplumzel, ja. Lass dein Haar herumzeln. Man braucht aber echt viele Tränke, war ein scheiß Besen. Ja, ja, ja. Und das Schlimme ist, du hast es doch schon hochgestellt, dass man länger fliegen kann. Also weniger verbraucht oder nicht. Ja, früher war es ja noch schlimmer. Ja, früher war es noch schlimmer, das stimmt. Aber den Turm des Turmischen will ich mir mal angucken. Hallo Wolf. Oh, du bist Level 11. Hät ja richtig was aus. Was, der Wolf? Ach, du bist das. Ja, ich bin das. Boah, ab durch die Bäume. Hat er mich einfach secret verfolgt. Da drüben ist ein Ork, kommst du mit? Lass uns mal Quidditch spielen. Ja, klar. Das ist kein Ork, das ist ein... Für welches Haus bist du denn dann, Chris? Roll. Ähm. Hufflepuff, aber nur weil es sich scheiße anhört. Ich hätte dir gedacht, dass du keine Ahnung mehr hast wie die Eifen. Doch, Hufflepuff, Slytherin, Gryffindor und das vierte weiß ich nicht mehr. Ravenclaw. Ah, genau. Und was muss ich jetzt hier aktivieren? Ich laufe hier gerade, wie bekloppt er den Berg hoch, äh, den Turm. Sehe ich jetzt eigentlich anders aus. Hey, der hat doch immer nur dieselben Scheißklamotten. Alter, welches Level ist denn der? Der ist Level 52. Ja, ich merke es gerade. Der hat ganz schön viel Leben. Hier kannst du jetzt reisen. Fast Travel, und wohin? Keiner. Alter, wie viel Leben hat der noch? So, bestimmt weil wir die anderen noch nicht. Du kannst von Turm zu Turm, ja. Aber wenn du den anklickst, da kann sich ja nichts. Der hat noch immer 1.000. Ja, weil wir den anderen vielleicht noch nicht freigestanden haben. Ja, denke ich auch. Vor allem hat der mich gerade aus der Luft rausgehauen. Guck mal, da gibt es auch einen Naturhealingpool oben. Das Kreuz. Er ist down. Ja, 3.000 ist okay. Jetzt wieder nach Hause, das ist voll weit. Scheiße, ich habe einen Bergriesen gefunden. Da, guck mal. Da ist ein Drache. Drache. Stimmt, du hast gesagt, hast du diesen krassen Stein von einem Schneeberg oder von einem normalen? Normalen. Oh nein. 300 Meter. Ach du Scheiße. Ich bin nicht gestorben. Ich bin runtergefallen und nicht gestorben. Erstmal zum Turm hoch. Damit wir hier auch hin und her travelen können. Aber ich kriege nur normalen Stein. Ich glaube, ich muss höher. Alter, jetzt habe ich gedacht, das war's. Das hätte ich niemals wiedergefunden. Ich mache mir jetzt auch ganz fix mit den Steinen wieder nach Hause auf. Ja. Fast travel, travel. Die werde ich in einer Geheimkiste verstecken, weil ich traue Sabi nicht. Das heißt, dass plötzlich... Oh, ich nutze doch deine Kiste auch schon von Anfang an. Koch nix. Weißt du, wie das funktioniert? Wo man die am besten herkriegt? Also ich habe 20 davon. Ich könnte sogar ein paar abgeben. 20 Stück? Was war das? War das ein normaler Stein? Nee, Gold. Golderz. Oder Goldstein, wie man das nennt. Diese dunklen. Nicht da, wo du drauf rumhaust. Das sind lauter Elche. Dafür misst du da. Wie mach ich denn fast travel? Gar nicht, du brauchst noch nen zweiten Turm. Oh, was ist das denn hier? Dann drückst du drauf und dann auf den Turm. Den Spawn hatten wir da von Anfang an, oder? Äh, nee. Meinst du die Steine hier? Wo man Gold rauskriegt? Genau. Du bist sehr... Ja, aus dem man Gold rauskriegt. Aber... Ja, ich habe welche. Fünf Stück. Die, ähm... Die dürfen nicht mehr leuchten. Die Türme dürfen nicht mehr leuchten. Ah, jetzt habe ich auch fünf. Und zehn. Okay, denn das nicht, ja, die leuchten jetzt nicht. Also, wenn sie nicht mehr leuchten, dann hast du so aktiviert, sozusagen. Ah, stimmt hier. Also, gut. Du hast also einen eigenen Griff, du brauchst keine mehr. Ne, ich brauche keine, danke. Boah, noch fünf. Ja, deswegen ist... Dafür, dass ich selten bin. Okay, jetzt ist aber die doofe Frage, wofür brauchten wir die nochmal? Also, ich brauchte sie, weil meine kleine, bessere Masse brauchte, so einen Stein. Deswegen brauchte ich die. Ja. Und du, äh, ich weiß es, Spawn, Spawn-Teil, Spawn-Teil. Ja, Spawn-Stein, ey, endlich. So. Soll ich jetzt mal gemeint sein und schon einen aufstellen, der wir wegsachen? Mach doch. Genau. Stimmt, du schmeißt Stone weg. Das war nicht so dumm. Boah, da brauchte man aber wirklich dann noch eine Forge, wa? Obwohl, die kann ja immer nebenbei rumlaufen. Also, durchlaufen. Lux, wie hast denn du schon so viel Level? Ey, Ericsson, oh, was stimmt denn mit euch nicht? Habt ihr so viel gekillt, oder was? Boah, ich hab ein bisschen Leder geholt, also. Ja, Leder habe ich jetzt noch 20 bei mir. Ein bisschen. Schmeiß ich noch weg. Oh, das ist ein End, ups. Und Tote. Oh, die spawnen die so schnell nach? Sind die jetzt schon grüßbar? Weiß ich nicht, das kommt mir gerade so vor. Das wäre es natürlich jetzt hier. Grün heißt zwar nie was Gutes, vor allem wenn es aus der Erde rausschießt, aber ich schaue es mir jetzt einfach mal an. Ach, du Heilig, ey. Gleich ist er tot. Eine Giftfortäne oder so. Nee, die spawnen nicht so schnell nach. Ich hab jetzt 25 von den Steinen. Was für Steine denn? Von diesen seltenen, ja. Müssen wir mal auf der Karte gucken, wo das ist und uns merken. Wo sind wir? Da auf dem Berg, okay. Da vor diesen seltenen Steinen. Wow. Alter, ich hab hier nicht ruhig gefunden. Ja, die Truhe, da sind voll die geilen Sachen drin. Oh scheiße, ich brauch. Ich hab hier auch wieder eine Weile bis nach unten. Oh, wisst du, was ich auch testen will? Oh, ich hab jetzt so ein bisschen voll voll locken gerade. Was denn? F zu drücken, dass er absteigt und dann wieder aufsteigen. Ja, das ist gar kein Problem. Kannst du machen. Im Fall? Ja, hab ich auch schon gemacht. Gar kein Problem. Kannst du mit ein bisschen Mana sparen. Nee, nee, da kannst du ein bisschen dann hovern sozusagen und dann wieder F drücken. Ah, klappt's aber. Das spaßt so ein bisschen Mana, aber nicht viel. Na. Nicht wirklich. Boah, kacke, mein, mein, mein Whirlpool ist gleich alle. Oh. Hat jemand meine, hat hier jemand meine Türen zugemacht? Die waren doch offen, wo ich abgekommen bin. Ja, ich. Hast du? Ja. Weil hier wieder alles rumgekreucht und verleuchtet. Scheiße, mein Brunnen ist leer. Oh. Das heißt, ich brauche jetzt echt so einen Kack-Generator mit Level 15 erst. Das dauert ja ewig, bis ich Level 15 habe. Ja, ein Kack-Generator. So, jetzt erst mal hier. Und der später hat vier Jahre gespielt. Ja, und hat alleine gespielt, ohne Shared XP. Ah, scheiße. Vielleicht baut der die ganze Zeit. Naja, Tiere können. Kriegt schon am meisten. Gerade Orcs. Ja, was ist das denn? Ist das ein großer? Das ist ein großer Drang, wa? Ja. Ja, tatsächlich. Okay. Nehmen wir noch Blumen. Warte mal, dann crafte ich mir jetzt noch ein paar Dinger. Und nebenbei crafte ich noch andere tolle Sachen. Äh, Crafting. Bring mal ein Ogre mit ins Dorf. Bringt bestimmt gut XP. Das stimmt. Alles erst ab Level 15. Ich brauche Level... Löffel. Was das bringt? Das beides. Boost Movement Speed. Und Reg... Regeneriert 60 Leben und Mana. Ich habe die Steine gefunden. Ähm, die man für den Spawn Stein braucht. Äh, das haben wir vor 10 Minuten gesagt. Und Chris hat auch schon welche. Ah, okay. Alles klar. Ja, wusste ich... Ich habe schon welche, ja. Das heißt, schon was. Oh, das heißt schon was. Oh, eine Truhe. Ja, immer reingucken, ey. Da sind coole Sachen drin. So, jetzt lasst mal hier crafty, crafty. Wow. Da ist Floth drin. Mehr nicht. Alter, habe ich nicht schon drei? Komm, wir machen uns jetzt eine krasse Maske. Jetzt machen wir jetzt eine krasse Maske, Leute. Eine krasse? Eine... Ein School Cap Dings. Was auch immer das macht. Wo rennt denn das Viech hin? So, dat wieder weg. Fast Traveling. Dat weg. Wo möchte ich denn jetzt hin? Dat weg. Dat weg. Der Oga hat nach 1000 Leben und mein Mama ist zu... In der Person. Typisch. Jetzt heißt das wegrennen. So, jetzt pass auf. Jetzt kriegt er hier voll Sido. Geil. Take. Halt. Inventar. Wie kann ich die aufsetzen? Alter. Guck mal an, wie cool der aussieht. Oh man, ich kann mich nicht von vorne angucken. Ich kann mich nicht von vorne angucken. Kann man sich eigentlich nicht von vorne angucken? Muss ich gegen die Kamera laufen. Ich muss mal gerade gucken, was ich... Nice. Welches Level ist das? 10. Läuft. Da kommt der Zauberhut weg. Leute, ihr müsst euch so eine School Maske machen. Hab ich schon. Oh ja, ist in Ordnung. Was für eine Maske? So eine Skull-Maske. So eine Skull-Maske. So eine Knoss-Maske. So. Was wollte ich machen? Shirts? Kann man die denn extra equippen oder muss man dafür... Sechs Leder. Da muss dein Hut weglegen. Ja, das ist doof. Sechs Leder hab ich sogar. Hab ich sechs Leder? Ja, aber... Ich hab genügend. Ui, hab ich. Auch dieses schon, dieses... Also Leder direkt? Ja, Leder. 20 Stück. Leder direkt. Nee, Leder. Nee, es gibt ja auch noch dieses andere da. Dieses... Ja, das Heid. Achso. Ähm... Was crafte ich denn? Äh, was mach ich mir denn einmal da? Wofür braucht man Gold? Hab ich bis jetzt noch gar keinen... Nutzen. Gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage. Frage abgelehnt. Wenn man es nicht beantworten kann, einfach Frage abgelehnt. Achso, man... Man hat craftet immer in dem Level welches man grad ist, oder wie? Würde ich fast behaupten. Hä? Na, wenn du Level 10... Ah ne, Quatsch. Ich war Level 13 und hab ein Level 10er Skull-Helm gekriegt. Achso. Ja. Ja, mit Level 10 hastch den freigestaltet. Okay. 38, holy shit, das dauert ja. Okay. Ja, da muss ich jetzt auch... Ah, der neue Stab ist auf jeden Fall sehr interessant, weil du sammelst ja verdammt schnell damit. Was, der neue Stab? Wie kann... Wo kann ich denn eigentlich... Workbench. Zeig mal, Workbench. Den hab ich nämlich auch noch nicht. Ich muss echt mal hier ein bisschen, äh... Was brauch ich dafür? Eure Sachen, die großen Schäber, die brauchten ja noch nicht mal welche von diesen Steinen. Nö. Da brauchte ich nämlich nicht so viele. Halt. Nur Eisen brauchte ich. Holz und Eisen. Wie braucht der dafür extra was? Craft. Geil. Mach mir auch mal so... So ein Dingens, Bummens. Wie lange braucht der? 37 Sekunden. So. Was können wir hier noch herstellen? Einfach alles laufen lassen. Jede Bench laufen lassen. Leder... Drei Stück. Zack. Ach siehst du, ich wollte diesen Spawnstein machen. Wo haben wir den? Bei Magic. Magic und... Small? Nö. Medium? Ja. Ja. Journey mit Magic Amulett. Metall und... Äh... Stein und... Okay. Stein und seltener Stein. Und seltener Stein, Stein. Das ist voll... Ich muss immer mit mir selber reden. Sonst vergesse ich das. Machst du ja immer. Ja, sonst vergesse ich das. Sind wir ja gewohnt. So. Und den, den hauen wir jetzt hier daneben. Äh... Diesen Spawnstein... Dingster, Wumster... Muss man den irgendwie... Muss man den irgendwie aktivieren? Nö. Muss den aber auf ne Foundation bauen, ne? Ja. Ich hab den einfach ins Haus gestellt. Ich spiele eh keinen außer wir. Von daher. Aber ich stell den jetzt außen und draußen irgendwo. Da hat... Boah, einer Angst. Wenn der Krieg ausbricht, dass er überfallen wird. Ja. Wenn ich noch irgendwie... Keine Ahnung. Dann wird mein Charakter vergewaltigt oder so. Ja. Genau das hab ich vor, Gavax. Das denn für mich? Ich logge nachher ein, wenn du offline bist. Ja. Glaub ich auch. Dann wird schon Truder... äh... Luder... Ja. Eben. So. Muss ich das aktivieren? Ich hoffe nicht. Ja, mein neuer Besen. Äh... Sperr. Level 10 ist der. Wer nennt sich das? Interessant. Alter, der ist aber... Eigentlich sieht er hässlich aus. So. Erstmal... Ich muss jetzt erstmal meine Sachen hier ins Inventar packen. Okay, Rip. Ich hab mich mit nem Level 36er Drachen anpickt. Glückwort Olo. Grüß schön. Ja. Lass es dir schmecken. Ja. Der Drachen XP. Okay. Äh... Obwohl... Mach ich das? Ja. Zack. Schick. Oh. Einmal troffener. Aber er ist auch schon half live. Dieses verbesserte Leder braucht man bis jetzt noch gar nicht, ne? Irgendwie... Ne. Ich hab's aber trotzdem gecraftet. Gab XP. Genau. Hier spawnt einfach nur Bär. Ja. Der Bär ist doch nicht schwer. Flieg einfach weg. Der Bär ist doch nicht schwer. Der Bär ist doch gegen den Drachen fight das schon. Flieg doch einfach weg. Drache. Papala Pap. So. Leute. Dann gucken wir jetzt mal ganz kurz, ob wir hier noch ein paar... Alter, 600 gibt einen Goldbahn. Eigentlich brauche ich nur an der Base stehen bleiben. Ich möchte Level 20 werden. Kriege ich die XP von dem Goldbahn eigentlich auch, wenn ich nicht an der Base stehe? Ja. Okay, geil. Ich muss mal den Marker weg machen von der Map. 20.000 XP. Alter, what? Oh. Ey. Hä? Ach, das Luchs seiner Luchs. Du hast ja einen Bären stehen hier, dich fast getötet. Ey, mein Johnny ist weg. Ja, halbe Stunde. Wie schnell die Zeit rumgeht. Da ist doch rechts ein Wolf. Nimm doch den. Ey, den töte ich jetzt. Ich baue XP. Äh, zack. Mal ein... Ich muss mal hier so ein Ding bauen. Griff und das Anlegen einer neuen Waffe, äh... Das hat sich gerade auch nicht genannt. Ja, hab ich mitbekommen. Scheiße. So. Hier oben war noch was. Wo ist er hin? Boah, bisschen getan. Hä? Da. Also, wenn normal irgendjemand einen hohen Drachen zieht, gibt's einfach Bescheid. Gibt's auch ein Team? Ja, für jeden, dass alle die XP kriegen. Ja, klar. Ich hab aber bis jetzt noch nicht eingesehen. Doch, krass. Was ist noch nicht eingesehen? Ja, gegen die wir gekämpft haben, aber jetzt nicht so in der... in der Wildbahn. Man. Aber XP, äh, Dings werde ich beim nächsten Mal, glaub ich, echt noch... Hier ist ne Borg, achso. Ne Borg. Na, ja. Achso, ne Burg. Aber, ähm, Mana-Kosten werde ich wahrscheinlich doch noch ein bisschen runtermaß. Die geht mir irgendwie ein bisschen auf den Sack. Kann man... Ja, ist heftig, ne? Ja. Jetzt stell dir mal Standard vor. Yolo. Der kommt... Bam. Machst du da hin? Oh nein, die trefft nicht. Ah, der macht schon deutlich mehr Schaden, ey. Der crazy Stab. Ja. Den hab ich ja die ganze Zeit. So. Wir laufen hier mal ein bisschen durch die Pampa. Guck mal, was wir so töten können. Junge. Alles. Töten, töten, töten. Ist ja wie nix. Aber schön ist hier. Na, wenigstens das. Ja. Deswegen, ey. Man kann hier auch richtig viel... Ich glaube, die Map ist auch ziemlich groß, oder? Ja. Wenn man sich das mal so anguckt. Ja. Na, guck mal. Bis oben. Ja. Ja. Ja, besonders du hast ja nur unten die Dress-Funch. Also ich geh mal davon aus, dass oben... ... die Hard-to-Action abgeht. Au, au, au in der Hilfe! Wo bist du denn? Weiß ich nicht. Hier. Weiß ich nicht. Ja, hier vier. Oh, die bewegt sich. Bleib still! Hey, krieg ich immer noch Schaden? Was? Hier ist was! Hier ist was! Ah! Da schießt was Unsichtbares! Von der Base weg. Aber da hat eine Elfe aber unsichtbar. Gibt es unsichtbare Elfen? Nein! Ich seh's grad im Stream. Das ist wie bei den Banditen. Die ist in einem Stein gebackt. Blöde Kuh! Ja, blöde Kuh! Wär aber mies, wenn's sich dann auch unsichtbare Gegner gibt. Boah, das wär echt mies. Naja, dass du die, wenn du die wenigstens einmal drifst, dann äh... Ja, ja. Ja, es gibt doch irgendwo eine AOE-Spelle. Das hatte ich gelesen. Kriegt man wirklich die XP von dieser Smithy, wenn man so weit weg ist? Nee, nee. Ist gezettelt zum Craft? Soweit nicht. Ja. Gibt. Schade. Schönheit. Okay, man kann auch irgend so'n Ding craften. Das kann man ins Inventar von der Kreatur legen und dann bleibt die vier Stunden lang da. Ja. Was jetzt? So ne Taming Squall, was ich dir gesagt hatte. Ah, okay. Verschiedene Versionen. Vier Stunden, acht Stunden, 24 Stunden, 42 Stunden, äh 72 Stunden. Boah, wanted. Das wär echt viel cooler, wenn man den, äh, instant, wenn man instant alles aufsammelt. Warum liegen hier eigentlich so viele tote Hirsche? Ich hab'n bisschen Angst grad. Hä effe í, hat war irgendwo erst jemand vor euch? Gavax, hast du die Hirsche getötet? Nö. Hier liegt der nächste Tote. Ich weiß nicht, verrotten die nicht, weil ich habe vor Ewigkeiten... Hier ist einer mit Sattel auch. Kannst du den Sattel nehmen? Nee. Leider nicht. Aber das ist cool, dann kann man die alle looten und... Ah, hier eine Elfe. Pundenwolf. So. Müssen wir mal was cooles finden, Gabax. Bam. Oh, hier ist noch ein Wolf. Das bohrt das so schnell? Boah, wir brauchen aber echt viele Level, wa? Ja. Das ist ja verrückt. Berg weiter hoch. Da ist noch eine helfende Elfe. Oh, ich muss mal Energie... Oh, ich habe es gerade noch gesagt. Zum Glück. Ist schon tot. So, R. Hat er meine Elfe gelootet, ey? Ja, das ist doch eh Schrott, was den macht. Nee, das Lebensessenz ist... Eigentlich ganz cool. Nö, aber... Man kann es ja haben. Level. Echt? Oh, Gabax, hier ist ein Ortlager. Komm. Die plündern wir. Oh, wie viel sind das? Vier Stück. Oh, das ist einer mit... Guck mal, das ist einer mit Flügel. Siehst du das? Das ist wahrscheinlich ein Gargoyle oder sowas. Das ist wie ein Dämonen. Ja, steht irgendwas. Was? Da stand auch was. Dämonik. Irgendwas. Hier. Mit Flügeln, ey. Dämonik Imp. Boah, Dark Sands und Bones. Ja, wie Untote. Kiste, Kiste, Kiste! Mit Journeyman Hose. Aber dadurch, dass ich immer noch dieses ranzige Oberteil habe... Boah, ab Level 15 kann man die erst tragen. Krass. So was hatte ich auch schon. Mh... Alter, der Luchs, der hat ja auch schon ganz schön viel Dings geskillt leben. Naja, wer sich immer mit Drachen anlegt... Wie viel Damage habt ihr bis jetzt? Machen wir so 113. 113. 113, so viel. So 32. Alter, habt ihr immer auch noch was anderes gelernt? Ja, für Leben und Mana gibt's doch die Tränke. Jaaa... Meiner Meinung nach. Jaaa... Jaaa... Jaaa...